hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge unserer gesprächsserie im jubiläumsjahr 200 jahre dr schüßler hier im kulturhaus osterfeld in pforzheim mein name ist benjamin hartlieb ich bin osteopathen und heilpraktiker und bei mir ist wieder der arzt biologe und chemiker peter emmrich hallo peter hallo benjamin hallo liebe zuschauerinnen und zuschauer in allen bereichen wir haben ja schon zu schriften bekommen mittlerweile aus österreich aus der schweiz also wir haben sicherlich mit diesem format 200 jahre schüßler den zeitnerv getroffen und so machen wir auch weiter heute mit dem fünften schüßler salz kalium phosphoricum und es ist wieder eine phosphor verbindung kalium phosphoricum als nervenmittel ist es vielen bekannt und von dr schüßler auch eingeführt als er für sich erkannt hat naja die forschungen von jakob molle schott dem niederländer professor vor physiologie war er glaube ich der über den den kreislauf des lebens geschrieben hat und sich entfernt hat von von dem gedanken ja dass das dem lebenden eine eine vis vitalis also eine energetische lebenskraft innewohnt sondern vielmehr festgestellt hat dass der kreislauf des lebens an organischer natur ist bedeutet der der bergmann der den phosphor sauren kalk aus dem boden holt als dünger vom bauer auf die felder aufgetragen wird die pflanze den dünger nutzt der mensch ist diese pflanze und die baustoffe erreichen an unseren körper und sorgen für den stoffwechsel für den stoffaufbau und die gesundheit dr schüßler hat das erkannt und deshalb auch diese zahlreichen phosphor verbindungen eingeführt ja ja also hochinteressant das war 852 als molester dieses buch geschrieben hat muss man überlegen ja vor nahezu 170 jahren das ist eine zeit wo ich sage holla die waldfee ja das staunen wir mit unserer hightech maschinen aber was die damals schon geleistet haben ist chapeau ja interessanterweise war ja dieser mole shot ein cleverer geist hat erkannt dass ja der phosphor für unsere nervenzellen sehr wichtig sind und das ist natürlich was wir heute wissenschaftlich belegen können phosphatetylscholin ist ja lecithin und das nehmen wir zu uns wenn der ältere mensch ein bisschen gedächtnisch wund hat dass da die grauen zellen wieder flott werden dieser phosphor ist aber als atp als adenosintrifosphat in den zellen in den mitochondrien gebildet wir haben 1500 mitochondrien pro zelle und dort wird dieses atp hergestellt adenosintrifosphat also drei phosphatreste die dann immer wieder abgespalten werden können zum monophosphat dann ist bloß nur eine da und dabei wird energie freigesetzt und mit dieser energie kann der körper regulieren wenn er muskelarbeit machen muss gedächtnisarbeit oder sonstige verdauungsarbeit ja das ist hochinteressant und das hat das schüssel aufgegriffen deswegen sind von seinen zwölf mineral salzen fünf phosphat verbindungen und es geht auf molle shot zurück ja man kann ja auch sagen oder stand das zitat vielleicht sogar von ihm ohne phosphor kein gedanke ja das ist molle shot gewesen er konnte lecithin noch nicht nachweisen weil diese eiweiß verbindung hat man erst in den 1930er jahren erkundet in der medizin und auch in der physiologie und das war ja 70 80 jahre vorher als er sein buch geschrieben hat ja hatte sein quantensprung passiert mittlerweile und deswegen war es also wirklich eine revolutionäre erkenntnis und schüsseler war so clever und hat dieses aufgegriffen in sein system umgesetzt und hat dann von den zwölf mineral salzen fünf als phosphat verbindung gewählt und da ist natürlich die wichtigste kalium phospholikum bürger und juli zwei professoren in amerika die ja schüsseler sehr den rücken gestärkt haben die ja alle homöopathen weltweit aufgefordert haben wir probieren aus ob die zwölf mineral salze das halten was sie schüsseler uns versprochen hat haben dann ein buch geschrieben 1880 und haben da alles zusammengetragen und dieses buch bis 1925 in sechs auflagen erschienen es ist weltweit das am meistgelesenste lehrbuch für diese schüsseler salze muss man bedenken zwei professoren haben es verfasst man hat tradiert und der böhrig hat ja auch eine materia medica geschrieben in der homöopathie und da schreibt er kalium phospholikum ist eines unserer wichtigsten nerven salze du hast das buch ja über übersetzt ins deutsche heute noch zweite auflage schon erschienen genau kann jeder erwerben und buchhandlung oder einfach auf meine internetseite gehen pdm rich minus pdm rich punkt e genau aber lass uns noch mal dieses nervenmittel betonen ja böhricke und juli haben es so formuliert auch wir heute verwenden kalium phosphoricum als nervenmittel aber was heißt es konkret nämlich es bei überreizten nerven bei schmerzenden nerven wenn ich wenn mir alles auf die nerven geht genau der überdrehende organismus der geist der nicht mehr zur ruhe kommt man geht abends zu bett kann nicht einschlafen die gedanken kreisen die kreisenden gedanken ist ein symptom aus diesem arzneimittel bilder kalium phospholikum verbindung kalium phospholikum in der dritten lm potenz ist eine andere potenzform in das beste mittel bei einem burnout zustand wenn ein patient in diesem burnout zustand rutscht dann braucht er monate um wieder rauszukommen wenn man im kalium phospholikum gibt geht es innerhalb von zwei drei monate es ist eine regenerationskraft ersten güte und das ist das was ich immer wieder feststelle ja kein phospholikum kann der student der zu viel gelernt hat und abends gar nicht mehr weiß gottes will moin ist examen was muss ich denn jetzt wissen es geht nichts mehr rein es geht nichts mehr raus aus dem gehirn das ist auch kalium phospholikum wenn aber einer überhaupt das gehirn völlig überstrapaziert hat dann ist es azitum phospholikum also die phosphorsäure kalium ist immer die nachtverschlimmerung ja die dann im bett liegen und die gedanken kreisen kommen nicht in schlaf morgens um halb fünf dann werden sie müde und um sechs klingeln wieder der wecker dann ist die nacht nur als anderthalb stund ist zu wenig und genau für solche zustände kummer sorge auch die neurastenie an alter begriff an nerven schwäche aber das sind diejenigen die überdreht sind überreizt sind jetzt gerade zu coronas zeiten viele kinder viele erwachsene es ist einfach zu viel wenn du das so erklärst höre ich natürlich heraus dass du auch homöopath bist so wie dr schüßler homöopath war aber dr schüßler hat ja ganz bewusst nicht die hochpotenzen verwendet sondern organisch zelluläre ebene d4 d6 d12 und da daraus gefunden ja es gibt welche die sind optimal in der d6 aber die nummer drei die nummer eins die nummer drei die nummer elf in der d12 der rest in der d6 das ist das grundprinzip sein und baukasten aber durchaus kann man darauf abweichen auf höhere potenz oder niedere gehen ja schüßler hat aber seine therapie dann als biochemie bezeichnet ich vermute mal schon in klarer abgrenzung dann zur zur homöopathie oder weil das auch bei den patienten immer wieder für verwirrung oder rückfragen sorgt ist es jetzt ein homöopathisches mittel ist es ein biochemisches mittel ein schüßler salz wo sind da wo sind da die unterschiede gibt es überhaupt einen unterschied naja im brin der herstellung natürlich nicht es sind ja mineralstoffe die man produziert hat aber die auswahl der mineral sei es bei schüßler ganz anders schüßler seit es liegt eine fehlverteilung der mineralien innerhalb und außerhalb der zelle vor ganz klar immer wieder bezug zu professor wirchhoff die zelle als kleinste funktionsfähige einheit so wenn ich jetzt zu viel in der zelle habe oder zu wenig außerhalb der zelle also ist das gleichgewicht gestört dann treten symptome auf die wir als krankheitszeichen wahrnehmen und die krankheitszeichen zusammengefasst in syndrome sind die krankheitsbilder okay aber die ursache ist ja mineralstoffe sind fehlverteilt und genau das wollte schüßler ausgleichen und da er ja wusste dass diese minereien vorhanden sind in dem körper war ja die krankheit nur eine folge von dieser fehlverteilung also gebe ich das gleiche zellsalz um hier den regulativen impuls zu setzen und die heilung macht ja wie gesagt der körper und die in der homöopathie werden die arzneimittel bilder natürlich anders ausgewählt wie jetzt bei schüßler der sie nach den mineralstoff gesetzen benannt hat schüßler aber 14 jahre homöopathisch tätiger arzt er wollte den körper nicht vergiften mit noch einer nicht so mit mit einer substanz die das system stoppt also hat er die dinger verdünnt um regulative prozesse zu initiieren so war es auch am anfang bei hannemann dem entdecker der homöopathie wenn ich die substanzen pur geben ist der effekt weniger wenn wenn ich sie verdünne und es rein verdünnt in der d6 ist ja 1 zu einer million ja und in der d12 ist einzelner billion so und das reicht aus ein signal zu setzen ich erkläre dass mein patienten immer mal so sie kennen doch eine ampel an der ampel haben eine verkehrs ampel da rot gelb und grün dann ist es ja egal wie groß das rote licht ist wenn das rote licht leuchtet heißt es zu den autofahrer bremse drücken gelb heißt achtung und grün heißt gas geben und dann ist es egal wie großes grüne licht leuchtet aber diese vier diese drei farben haben eine bedeutung für den autofahrer jetzt leuchtet mal zur abwechslung ein blaues licht dann kommt es darauf an wie der ist ist er nun so dass der sagt oh das könnte die polizei sein oder ein krankenwagen oder die feuerwehr ja dann ist er vorsichtig in andererseits im system rot gelb grün kommt blau nicht vor also gebe ich gas und fahr durch ja das heißt also in dem system rot gelb grün hat die blaue farbe keine bedeutung und jetzt was ist licht einer korpuskel oder teilchen da streiten sich ja die physiker und das sind diese signale diese informationen wo wir immer wieder feststellen dass dieses salz einen impuls setzt auf den körper so dass der gestörte organismus wieder ins gleichgewicht zurückfindet kalium phosphoricum zur beruhigung der nerven bei bei stress bei schlaflosigkeit bei schul oder prüfungs angst wird als mittel oft mehrmals gegeben in kurzen abständen gibt es da eine feste regel wie dieses mittel verwendet wird oder ist es gleich wieder der zustand umso häufiger brauche ich ein signal damit der körper rasch regulieren anfängt so kann man sagen wenn sich dann besser nach zwei drei stunden dann mache ich die abstände größer gebe nur noch eine halbe stunde oder stunde ein mittel kalium phosphoricum ist ja überhaupt das schüßler salz mit dem schüßler so berühmt wurde weil er tausend an diphterie erkrankte kinder damit kurierte und das ist ja faszinierend zu einer zeit als es noch kein antibiotium gab wir müssen uns immer zurückversetzen schüßler oder die damaligen ärzte hatten keine antibiotika was haben die gemacht bei infektionen und gerade bei keinem phosphoricum haben wir alle stehen zum himmel dort haben wir auch einen entzündungsprozess der eiweiß zersetzung macht so dass es dann zu einem geruch kommt fäulnis und diese fäulnis zeigt sich nun am urin am stuhl am mundgeruch das sind fäulnisprozesse mal im darm trakt ich erinnere mich an einen patient der kam und einen fürchterlichen mundgeruch die freundin schickte ihn zu mir er wurde schon untersucht beim zahnarzt hat gesagt alle zählen in ordnung dann wurde der magen gespiegelt alles in ordnung dann wurde der darm gespiegelt alles in ordnung was war es es war aber ein fäulnisprozess den ja natürlich derjenige den darm spiegeln mit der koloskopie natürlich nicht sieht sondern sind die bakterielle zersetzungsprozesse das konnten wir dann in einer stuhl untersuchung herausfinden der patient bekam heilerde und die nummer fünf und innerhalb von sechs wochen war der fall gelöst der zuvor zwei jahre lang andauerte das heißt wir haben hier einen regulationsprozess entsetzt heilerde binde die giftstoffe im darm verändertes milieu und keinem für vollkommen hat das übrige hinzugeteilt lässt sich kalium phosphoricum auch mit anderen medikamenten präparaten oder mit homeopathischen mitteln verwenden gerade wenn diese stresssituation oder die nervtliche belastung so hoch ist dass da können wir das durchaus kombinieren mit personsblumen die personsblume hat ja eine wunderbare heilsteigenschaft sie dockt ja in dem gehirn an wo unsere stress rezeptoren sind sie dockt dort an wo unsere süchte im gehirn wahrgenommen werden das heißt personsblume belegt diese rezeptoren ist ein wunderbares mittel um runterzufahren kraft zu geben ich sage die personsblume zu meinem patient sie lässt ihnen ein dickeres fell wachsen das ist das eine kann man kombinieren aber auch mit ashwagandha aus der ayurveda medizin das ist ja die schlafbeere die macht dich müde sondern gleicht aus ashwagandha ist ein solches flänzlein wo man auch heutzutage als adaptogenen bezeichnet werden sie passt an bin ich ihm hoch aufgedreht dann beruhigt es mich bin ich im tief gibt es mir kraft und gleicht aus und das sind die adaptogenen die passen den körper an die jeweilige situation an und damit können wir wunderbar mit passionsblume mit ashwagandha also der stafbeere und kalium phosphorikum in solchen ausweglosen situationen rasch eine wende einleihen wo der fachmann nur staunt und der leihe sich wundert passionsblume kann auch bei psychopharmaka gegeben werden wie auch kalium phosphorikum und ashwagandha da gibt es keine wechselwirkung bitte acht geben beim johanniskraut johanniskraut darf nicht psychopharmaka verabreicht werden das ist nicht erlaubt wenn wir nun uns klar machen dass diese entzündliche prozesse wenn wir uns klar machen dass folgendes prozesse im körper vorhanden sind die wir mit den schüstersalzen ausgleichen können dann ist es natürlich auch nicht verwunderbar dass die ärzte vor 150 jahren das dann auch nützten ja weil sie hatten ja keine anderen möglichkeiten und das ist etwas wo ich sage da muss man großes lob zollen an den dr wilhelm heinrich schüßler der hier ein system erarbeitet hat wo ich kaum ein zweiteres kenne welcher arzt schafft ein neues system das weltweit für furore sorgt und noch interessanterweise nach über 150 jahre betrieben wird ja über schüßler selber als person ist ja relativ wenig bekannt mein professor omen und du ihr habt einiges zusammengetragen in der biografie die jetzt erscheint also ich habe eher die idee geliefert und professor oben ein genialer geist hat aus allen ecken der welt was herausgefunden also ein ganz ganz großes dankeschön an dieser stelle an ihn der wirklich dinge aufgedeckt hat wo sonst bisher keiner fand und ich denke die biografie die jetzt anlässlich 200 jahre schüßler auf markt gekommen ist wird sicherlich die eine oder andere begeisterten leser finden er hat ja selber zu lebzeiten abgelehnt eine autobiografie zu schreiben das sind ausschließlich fachtexte bekannt überliefert wird aus einem dieser texte eigentlich ersichtlich dass er sich auch anderer medizin formen bedient hat also gerade der pflanzenheilkunde oder kann man sagen nein dr schüßler war homöopathische aus und hat ja genau also dadurch sich wenig dazu geäußert bis hin zu kneipp hat er was geschrieben wasseranwendungen wie ich hoffe hat der kneipp komplett abgelehnt das sind ja die drei begeisterten geister aus dem jahr 1821 die er das licht der welt erblickt hat der kneipp im mai der schüßler im august und professor werchhoff im oktober ja und dieses jahr können wir alle derer ihren 200 geburtstag feiern und deswegen freuen wir uns ganz besonders dass im august natürlich dieses jahres eine feier es geben wird und wir sind natürlich dabei du bist mit beitrag dabei ich darf den vortrag halten ja eine tolle sache und es ist interessant immer wieder klar zu machen weltweit wird schüßler geschätzt ja es gibt leid vereinigung die haben schüßler tradiert weil schüßler salze sind einfach anzuwenden es ist leicht zu verstehen man kann nichts falsch machen das ist auch sehr wichtig man kann also etwas dem leiden an die hand geben auch dem anfänger ja und das ist etwas was sich halt bewährt hat und das bewährte ist gut und das wird auch tradiert werden und das ist ja tradition und dafür stehe ich eigentlich auch in meiner ansicht zur behandlung das bewährte anwenden bevor man neues ausprobiert wo man nicht ganz genau weiß wie es funktioniert ja bei schüßler können aber sagen weder kinder noch alte noch junge menschen können schaden erleiden also kann man zusammenfassend sagen schüßler salz nummer fünf kalium phosphorikum das wichtigste mittel für unser nervensystem ja zur beruhigung zur stärkung zur entspannung auch in jedem lebensalter geeignet infektions krankheiten wo der körper mit fieber reagiert über 39 unter 39 grad geben wir die nummer drei fermphosphorikum und bei der nummer fünf ist es über 39 grad man sollte natürlich nie zu lange warten und den arzt kontaktieren und befragen ja dass man zum beispiel nicht eine akute blinddarmentzündung übersieht aber wenn ein akutes geschehen da ist und alles so ist dann kann man natürlich auch mal erst nummer fünf anwenden und gucken was der organismus macht mal im darmeinlauf entlastet senkt auch die temperatur oder bei den kleinen kindern essigsöckchen oder wartenwickeln ja oder meine zitronenscheibe halbieren und auf die fußsohle legen und socken drüber ziehen das reicht dazu um hier die temperatur runterzufahren und zu regulieren und plötzlich hat das organ ist hat der organismus wieder die heilkraft das ist gleich selber hinzukriegen und dann ist alles wieder gut peter vielen dank für deine erklärungen vielen dank auch fürs zuschauen wir hoffen es hat ihnen gefallen und bis zum nächsten mal auf wiedersehen an der sich des 20 geburtstag von dr mit wilhelm heinrich schüßler sind zwei bücher erschienen erhältlich in jeder buchhandlung in deutschland österreich und der schweiz